43. Kapitel Ausweglos Pater Lucius und Ambrosius Lämmer zertraten ihre Träume förmlich im knirschenden Kies unter ihren Füßen. Alles war sinnlos geworden. Sie hatten Sabea auf eine riskante Reise in den Vatikan geschickt. Pater Lucius hatte den Schatz vergeblich in seine Waldhütte geschleppt und dort gehortet. Ambrosius Lämmer, der gehofft hatte, sich seinen Ruf mit viel Kapital wieder aufzubauen, sah sich als bis ans Lebensende schuftender, bedeutungsloser kleiner Arzt. Er würde sich nie Kinder leisten können. Finanziell möglicherweise schon. Zeitlich betrachtet, auf keinen Fall. Er liebte Kinder, aber wenn, dann sollten sie ihren Vater kennen und wissen, wer er ist und wie er heißt. Bei vielen seiner ehemaligen Kommilitonen war das gar nicht so. Sie waren Spezialisten, bildeten sich fort, repräsentierten die ärztliche Zunft an einschlägigen Anlässen, hatten allesamt hübsche, aber anspruchslose Frauen und lebten in Reihen ein Familienhäuschen, von denen man so lange träumt, bis man eines besitzt. Dann legt sich einem die Schlinge der Lebenskrise um den Hals. Sex mit der Gattin noch höchstens einmal im Monat, routinierte Spaziergänge mit dem Labrador, ein jährliches Besäufnis in der Verbindung ehemaliger Studenten und den Kindern Hilfestellung bieten, beim Abfragen von Französisch-Vokabeln. Der Rest des Lebens, mit Ärztekette, Stethoskop und den notwendigen Berechtigungen im Klinik-Informationssystem bewährt, fragend, erkundend, gebend, gebend und noch einmal gebend, denn im Mittelpunkt steht der Patient. Kein Wunder, dass so viele Ärzte versuchen, sich materiell zu bereichern, denn das ist die Kompensation für das leere, leere und noch einmal leere Leben, wenn man alle denkbaren Krankheitsbilder schon mindestens einmal gesehen, gerochen oder palpiert hat. Und nun war das Entwicklungsgeld weg. Das bedeutete, kein Ausbau der Hotellerie und vor allem keine Weiterentwicklung des Herzstücks, des Alters- und Pflegezentrums Elfenberg, keine neuen digitalen Zwillinge. Während Pater Lucius und Ambrosius Lämmer trübe Gedanken wälzten, erstarrte Sabine in ihrem kleinen Auto. Mit schweißnassen Händen war sie über die asphaltierte Straße gefahren, die zu ihrem Wohnblock führte. Sabine lebte im zweiten Stock. Die Straße war gut erhalten und somit auch nicht mit Warmblenkern bewacht, wie das andernorts in Bülville mittlerweile an der Tagesordnung war. Aber dann sah sie es. Der Schaden musste sehr frisch sein. Sabines Wohnblock war stellenweise in den Boden eingesunken, rauchende Trümmer lagen umher. Es stand nur noch die Fassade, allerdings ohne Fenster. Wie eine hässliche Fratze schob sich die Front von Sabines Wohnhaus in den Abendhimmel. Solche Bilder hatte sie in der Tagesschau gesehen, vom Gazastreifen, von Syrien, früher von Afghanistan. Der Vorplatz war voll mit Sanitätern, am Boden lagen zuckende Menschenleiber, überall Blut und Verwüstung. Sabine mochte die Fenster ihres Autos gar nicht erst herunterkurbeln, weil sie das Seufzen, Schreien und das Todesröcheln ihrer ehemaligen Nachbarn nicht ertragen hätte. Innerhalb einer Stunde hatte sie wohl alles verloren. Länger konnte das Großunglück nicht her sein. Der antike Sekretär, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte und so liebte. Der Schmuck ihrer Mutter, den sie darin verwahrte. Die beiden Hundertwasserdrucke über ihrem schneeweißen Sofa. Der weinrote Sessel in der Ecke des Wohnzimmers. Ihre ausladende CD-Sammlung, die von Bob Dylan bis hin zu den Mona Lisa Twins reichte. Das gerahmte, signierte Bildchen mit der in Dubai lebenden Emily am Piano. Nichts von allem war mehr greifbar, ihr gesamter materieller Besitz hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes in Schmutz und Staub aufgelöst. Sabine war zu schockiert, um loszuheulen. Da saß sie in einem Auto voller Geld, aber Geld war eben doch nur Papier. An materiellen Besitztümern, und waren sie noch so bescheiden, hingen eben auch Erinnerungen, und Geld konnte diese Erinnerungen in keiner Weise ersetzen. Sie musste weg hier, und zwar rasch. Spontan kam ihr nur Schwester Kesse in den Sinn. Diese wohnte ein wenig außerhalb von Bülville, auf einem kleinen bewaldeten Hügel, in einem Hexenhäuschen aus Holz. Eben erst war sie dort zu einem Teamessen eingeladen gewesen. Der Abend war feuchtfröhlich verlaufen, und nach mehreren Flaschen Wein hatte sich Schwester Kesse Sabine genährt. Die meisten waren schon nach Hause gegangen, und Sabine hatte sich aus einer Laune heraus entschieden, bei Schwester Kesse zu übernachten.